Hey ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Noch bin ich gerade ungeschminkt, aber ich werde mich jetzt schminken und ich dachte mir, okay, ich nehme euch doch mal mit und zeige euch, wie ich mich momentan so schminke. Denn mein Make-up hat sich wirklich krass verändert. Also ich hatte eine Zeit lang, wo ich mich sehr stark geschminkt habe. Ich habe Fake Lashes drauf getan, ich habe Highlighter benutzt, Concealer, ich habe wirklich alles benutzt. Und in letzter Zeit, weiß ich nicht, ich habe so meine natürliche Phase. Das heißt, dass ich mich, weiß ich nicht, also mich so natürlich wie möglich schminke, sodass es aussieht, dass ich noch ungeschminkt bin. Also no Make-up Make-up, kann man sagen. Ja und ich dachte mir halt, vielleicht ist das ein cooler Tipp für euch. Vor allem jetzt im Sommer ist es mega warm draußen und keine Ahnung, ich finde das voll eklig, wenn man dann so voll viel drauf hat. Aber man möchte dann vielleicht doch nicht ganz ungeschminkt sein. Weil weiß ich nicht, man hat ja bestimmt mal Rötungen oder Pickelchen, die man irgendwie weg haben möchte. Oder halt, dass die Augen nicht so krank aussehen wie bei mir. Sondern, dass man halt ein bisschen, ja frischer aussieht. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann zeige ich euch mal, wie ich mich schminke. Und würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Und let's go! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.